So, ja, dann ist die Aufnahme gestartet und damit ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren Video im Modul Betriebswirtschaftslehre. Wie ihr sehen könnt, wir befinden uns innerhalb der normativen Entscheidungstheorie und werfen heute einen Blick auf die Hurwitz-Regel, eine Kombination aus Maximim und Maximax, die wir ja bereits behandelt haben. Schaut euch die Videos auf jeden Fall dazu noch einmal an. Oben links finden wir die Notation mit dem Wertebereich der Funktion im Regrett. Die Notationen sollten bereits bekannt sein. Ihr könnt natürlich wahlweise auch andere Notationen verwenden, müsst allerdings dann dem Leser kennzeichnen, was hinter der jeweiligen Notation steckt. Die Hurwitz-Regel ist eine Entscheidungsregel innerhalb der normativen Entscheidungstheorie und sie ist gekennzeichnet von Unsicherheit und Ungewissheit. Wiederholung. Erste Frage, die wir uns stellen. Sind die Folgen bekannt? Ja, nein. Dann habe ich entweder Regeln unter Sicherheit und Regeln unter Unsicherheit, also Entscheidungen, die ich unter Sicherheit oder unter Unsicherheit treffe. Und wenn ich bei der Unsicherheit bin, dann gibt es noch den Unterschied zwischen Risikoentscheidungen und der Ungewissheitsentscheidung. Ja, und unter Ungewissheit finden wir, glaube ich, fünf Entscheidungsregeln. Insgesamt sind es neun Entscheidungsregeln. Schaut euch die Übersicht dazu an, auch in der Playlist der Betriebswirtschaftslehre abrufbar. Jetzt finden wir hier eine Aufgabe. Ich habe mir gedacht, okay, ich könnte jetzt wieder ein paar Zahlen ändern, beliebig mal ein bisschen wieder durchwürfeln. Ich habe mir aber gedacht, damit wir so ein bisschen die Verbindung zum Maxi-Max und Maxi-Min-Regel herstellen können, dass wir exakt dieselbe Tabelle nehmen. Nur, dass ich oben einfach Hurwitz hingeschrieben habe. Und dann haben wir aber exakt hier die vier Zustände, Z1 bis Z4 und die vier Alternativen. Und das war es im Prinzip schon. Also, es ist eine Aufgabe, die wir bereits bearbeitet haben, unseren Vergleich zu haben. Und das Ganze ist auch für mich ein bisschen einfacher von der Vorbereitung des Videos. Ich würde sagen, als erstes markieren wir hier einmal. So, also wir haben hier unsere Zustände. Ich schreibe es nochmal hin. Es gibt ja immer wieder Zuschauer, die als erstes auf dieses Video stoßen oder nur diese Regel suchen. Und dann erkläre ich natürlich nochmal ausführlich alles Zustände. Dann haben wir hier unsere Alternativen. Ich markiere das hier nochmal. Alternativen. Hier haben wir unsere Umsatzmatrix. Man kann sehen, wir haben hier 4x4 Zellen. Also eine 4x4 Matrix mit 4x4 16 Zellen haben wir hier. So, das ist die sogenannte Umsatzmatrix oder auch Ergebnismatrix entsprechend. Und hier draus holen wir uns entsprechend die Werte. Was jetzt hier nicht ist, ist ein Wert, den wir auf alle Fälle brauchen. Der muss bei der Hurwitz-Regel angegeben sein. Ich schreibe deshalb nochmal hin. Gegeben. Gegeben muss ein Lambda. So, Lambda, ich muss da kurz gucken. Das schreiben wir in etwa so. Zack. So, müsste das aussehen. Und ich nenne das Lambda jetzt einfach mal 0,1. So stand es auch im Skript drin. Ich hätte auch 0,4, 0,5, 0,7 nehmen können. Das verändert natürlich das Ergebnis meiner Entscheidung. So, wir nehmen es jetzt einfach für 0,1. Allerdings, das muss in der Aufgabe angegeben sein. Wenn ihr eine Hurwitz-Regel anwenden sollt und da ist kein Lambda angegeben, ey, dann könnt ihr die Aufgabe vergessen. Dann könnt ihr nichts berechnen. Oder ihr schreibt hin, ich gehe von diesem Lambda aus und rechnet dann auf Basis des jeweiligen Lambdas die Hurwitz-Regel durch. Aber fragt ihr lieber nach, wenn ihr eine Klausuraufgabe habt oder eine allgemeine Hausaufgabe, wo dieses Lambda nicht gegeben ist. Ja, ich würde sagen, wir schreiben erstmal die allgemeine Formel auf. Da hat sich nichts geändert und zwar iOpt. i für den Wertebereich. Wir suchen unser Optimum, indem wir eben maximieren, also das maximale Argument über unseren Wertebereich in Verbindung mit der Funktion e. Die da natürlich auch in Verbindung mit dem Wertebereich steht. Und den Wertebereich, den finden wir eben hier mit den Zuständen und den Alternativen. Und dann suchen wir uns die jeweilige Zelle raus, die uns gerade interessiert. Ja, ich würde sagen, einmal die Rechenschritte und zwar, wir brauchen zwei an der Zahl. Erster Rechenschritt, Ermittlung des Güterwertes für jede Alternative. Also, Ermittlung von Güterwerten je Alternative. Also, wir gehen hier gleich zeilenweise durch. Alternative. Ja, und der zweite Schritt ist dann schon das Optimum auswählen. Optimum. Mehr nicht. So, Ermittlung Güterwert. Da steckt die Maxi-Min- und Maxi-Max-Regel drin, denn wir müssen jetzt wie bei der Maxi-Min- und Maxi-Max-Regel erstmal unseren maximalen, unseren minimalen Wert pro Zeile markieren. Der interessiert uns dann jeweils. Also, wir haben hier einmal, ich würde mal sagen, ich mache den maximalen Wert mit dem Pfeil hoch und den minimalen Wert mit dem Pfeil runter. Maximal wäre hier dann einmal, zack. Minimal hier und dann hier. So, maximal wäre dann hier. Minimal hier. Maximal dann hier. Und Minimum wäre dann hier. Dann haben wir wieder hier 3000 dann und zuletzt hier die 1000 und hier auch die 1000. Ich habe jetzt bei beiden halt einen Pfeil nach unten gemacht, wenn die Zahlen deckungsgleich sind mit einem anderen Zustand der jeweiligen Alternative. Allerdings zieht ihr nur einen Wert heran. Es ist jetzt nicht so, dass ihr beide Tausender berücksichtigen müsst. Also, ihr braucht einen minimalen und einen maximalen Wert. Punkt. Ja, und dann schreiben wir mal die Formel hin, denn es macht durchaus Sinn, hier die Formel parat zu haben. Ich habe euch hier mal als Tipp gegeben, ey, schnappt euch eine Karteikarte, packt da vorne eine Fragestellung drauf und hinten packt ihr die Formel drauf. Punkt. Ich schreibe vorne hin, was sehe ich, wie lautet die Hurwitz-Regel, Maxi-Max-Regel, Savage-Nianz-Regel, etc. Oder das Bernoulli-Prinzip und auf der Rückseite steht immer die Formel drauf. So, da habt ihr die Formel vor euch liegen. So, lernt ihr auswendig und besser ist es, wenn ihr diese Formel noch verbal erklären könnt. So, und das könnt ihr verbal erklären, indem ihr es zwei-, dreimal durchgerechnet habt mit unterschiedlichen Werten. So, also, wir brauchen zwei Stück. Ich fange mal an mit RI. Also, I, RI, in diesem Paket haben wir dann unser Lambda erstmal drinne, zack. Entschuldigt dafür, dass mein Lambda hier so grauselig aussieht. Das ist einfach nur ein Optimierungsfaktor oder ein Gewichtungsfaktor. Maximum J, dann E, I, J. Das ist jetzt original aus dem Skript hier notiert. Ihr könnt das natürlich für euch dann abändern. Ich möchte gleich nur auf zwei Dinge aufmerksam machen. Ansonsten ist der Rest der Formel selbsterklärend. Minimum J, J und I, das sind unsere Spalten- und Zeilenindex. Also einmal hier spaltenweise durchgehen, einmal zeilenweise hier durchgehen. So, dass ihr es einmal wisst. Und hier I, I, J. So, R ist unser Regrett. Könnt ihr euch einfach nur merken. R ist das, was wir hier in der letzten Spalte hinpacken, um am Ende den Vergleich zu haben zwischen Alternativen und dann das Optimum auszuwählen. Und deshalb haben wir hier als nächstes eben entsprechend I, Opt. Dann hier maximales Argument. Arc Max über I. Allerdings dann eben mit dem R hier. Wir können jetzt hier nicht E hinschreiben, weil wir E ja hier schon verwurschtelt haben. Also jetzt nicht den Fehler machen und hier beim Optimum E hinschreiben, dann wären wir falsch. Wir müssen hier eine andere Notation verwenden. Ihr hättet auch statt R, Z hinschreiben können. oder P hinschreiben können oder B oder C etc. Das bleibt euch überlassen. Ihr müsst das nur dem Leser eben deutlich machen, was damit gemeint ist. Wenn ihr E hinschreibt, ist das verkehrt. So, also das sind unsere beiden Formeln. Ich möchte auf zwei Pakete hinaus. Und zwar hier finden wir einmal das Maximum und hier einmal das Minimum. Und hier finden wir so ein Paket Lambda. Das heißt beim Maximum nehme ich mal Lambda 0,1, multipliziere das. So, und dann habe ich einmal Plus entsprechend das Lambda einmal abgezogen. Der Rest davon übrig bleibt, dass wir in diesem Fall 0,9 und multiplizieren das mit dem Minimum. Ja, und dann sind wir schon fertig. Also im Allgemeinen die Maxim-Max und die Maxim-Min-Regel vermischt in eine neue Regel, der Ruhrwitz-Regel. Also Mischtyp ist das Punkt. So, ja und wir haben unsere Werte hier schon markiert. Und dementsprechend, ich würde mal sagen, wir fangen mal mit R1 an. Oder RA1, das könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Das steht einfach nur für die erste Alternative. Und dann schnappen wir uns hier unser Max-Wert. Das ist der 4.000er. Das heißt 0,1 mal die 4.000 und dann Plus, ich schreibe direkt 0,9 hin, weil 1 minus 0,1 sind dann 0,9. Und dann eben das Minimum. Das Minimum liegt jetzt hier bei 2.000. Und dann sind wir hier auch schon fertig. So, und dann kann ich das entsprechend hier ausrechnen. Das gleiche machen wir jetzt erst mal mit den anderen Alternativen. Hier schreibe ich jetzt auch die Berechnungen auch hin, weil ich würde sagen, dass die Berechnungen hier jetzt vielleicht gerade so reinpassen. Ich möchte das jetzt aber nicht quetschen. Wir haben hier unten ja genug Platz. So, auch hier wieder 0,1. 0,1 kann man direkt alles so hinschreiben. Dann spart man sich vielleicht ein bisschen Zeit. Und dann suche ich hier mal Maximum raus. Maximum zweite Alternative 6.000. So, dann würde ich hier auch direkt das nächste Maximum nehmen. Also 5.000. Wir haben das ja alles markiert. Vielleicht macht das auch Sinn, das mit Farben zu markieren. Wenn ihr in eine Klausur geht, dass ihr zwei unterschiedliche Farben mit habt, dann könnt ihr zum Beispiel Rot für Minimum und Grün für Maximum nehmen. Dann haben wir hier 3.000. Weil hier kann eigentlich nur der Fehler passieren, dass ihr euch am Ende irgendwie verschreibt. Das ist mir auch häufig passiert. Auch in Videos passiert mir das und so weiter und so fort. Deshalb bin ich immer froh, wenn Leute mich darauf hinweisen, dass ich Fehler mache, damit ich das entsprechend korrigieren kann. So, dann haben wir hier die 0,9. Auch hier wieder eine Multiplikation. Zack, zack, Minimum. Zweite Alternative. Hier haben wir jetzt 1.000. 1.000. Dann haben wir hier das nächste Paket. 0. Hätten wir eigentlich auch gleich weglassen können. Ich schreibe es trotzdem nochmal hin. Und dann haben wir hier 1.000. So, und jetzt würde ich erst den Taschenrechner anschmeißen. und die Berechnung durchführen. Das machen wir mal kurz. Man kann auch vieles im Kopf hier machen, ich weiß. Aber wir machen das jetzt einmal mit dem Taschenrechner. 0,1 mal die 4.000 plus die 0,9 mal 2.000. So, dann haben wir 2.200 hier. So, haben das erste Regrett hier. Ich hätte auch hier Regrett hinschreiben können, aber ich weiß, aber nur Ruhe wird es hier hingeschrieben. 2.200. Dann 0,1 mal 6.000 plus 0,9 mal die 1.000. Und dann haben wir 1.500. Schreiben wir es hier hin. Und dann hier entsprechend auch 1.500. Ja, und dann das nächste Paket. 0,1 mal 0 muss man jetzt nicht eintippen. Können wir direkt... Äh, nee, 0,1 mal 5.000 sind 500. Und das zweite Paket muss ich nicht eintippen. Die 0,9 mal 0, also haben wir hier 500 raus. Das ist auch selbsterklärend. Also, zack, 500. Ja, und dann haben wir das letzte Regrett hier mit 0,1 mal die 3.000. Einmal eintippen plus die 0,9 mal 1.000. Kann man auch im Kopf machen. Das ist eigentlich alles hier nicht der Rede wert. Sind 1.200. Und ihr seht, worauf das hinausläuft. Wir haben hier die 1.200. Es läuft darauf hinaus, dass wir hier den höchsten Wert haben. Wir maximieren. Unser Optimum ist hier. Und dementsprechend haben wir dann hier, das können wir direkt mal hinschreiben, iopt mit dem Optimum. Und jetzt nicht den Wert hinschreiben, sondern die Alternative. Und zwar a1. So. Wenn man sich jetzt hier am Ende verschreibt. Und meinetwegen jetzt hier a2 hingeschrieben hat. Dann kann der Leser immer noch sehen, okay, ist alles richtig gerechnet. Er hat hier jetzt einen Tippfehler gemacht. Dann gibt es da vielleicht einen Punkt Abzug. So. Aber das gleiche geht eben für die Berechnung. Das Ergebnis alleine reicht nicht aus. Ihr müsst auch eine Berechnung aufführen. Ansonsten kann ich einfach vom Nachbarn abschreiben. Das bringt doch hier nichts. Also, 2.200. Jetzt könnte ich hier noch hinschreiben. Antwortsatz. Und auf Basis der Hohewitz-Regel mit einem Lambda von 0,1 würde ich mich in diesem Zuge für Alternative 1 entscheiden. Weil Alternative 1 mit einem Wert von 2.200 entsprechend den höchsten Nutzenwert aufweist. Oder das höchste Ergebnis aufweist gegenüber den anderen Alternativen. Dementsprechend, ja, Alternative 1 ist meine Entscheidung auf Basis der Hohewitz-Regel. Ja, und die Hohewitz-Regel, die wendet man immer dann an. Man entscheidet sich immer dann für diese Hohewitz-Regel, wenn man sich zwischen Maximin und Maxi-Max nicht entscheiden kann. Wie haben wir kennengelernt? Es gibt einmal die Optimisten, einmal die Pessimisten. Wenn ich mich zu keiner dieser beiden Gruppen, ähm, ja, wie soll ich es jetzt sagen? Wenn ich zu keiner dieser beiden Gruppen tendiere, dann wende ich diesen Mischtyp an. Das ist eine Kombination aus beiden. Und jetzt könnt ihr die Ergebnisse einfach mal vergleichen mit dem, was wir in den vorherigen Videos aus der Maxi-Maxi-Maxi-Regel. Ja, und dann könnt ihr auf der Basis mal gucken, okay, haben wir eine andere Alternative, die hier, ähm, wofür wir uns entscheiden. Das soll es ja schon gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und ciao.